An dieser Stelle möchten wir uns schon mal Zeit von euch verabschieden. Wenn ihr ein bisschen Spaß mit uns hattet, dann besucht uns doch mal unter www.weilwurz.de oder auf unserer Facebook-Seite. Schreibt uns, was nett ist. Besucht uns vielleicht zum Beispiel zu unserem Festival am 1. Juli-Wochenende, jetzt los Tremsen, bei Grimma. Da gibt es alles, was das Herz begehrt. Über 20 Brenzern auf zwei Bühnen. Es gibt alte Autos, Plattenbörsen, Styling-Workshops, Modenschau, Tanzkurse, Burlesque-Workshop, alles, was dazugehört. Schaut ruhig mal vorbei. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, könnt ihr die sogar persönlich an uns stellen. Wir haben es ja vorhin schon gesagt, wir gehen noch mit der Arbeitsbefreiung von morgen früh. Wir treffen uns noch hier an der Leinwand drumherum. Eine Runde, 10 Meter dahinter, da treffen wir uns in ein paar Minuten, wenn wir uns frisch gemacht haben. Wir sagen auf jeden Fall, vielen Dank für diesen wirklich wunderbaren Abend hier in unserer Heimatstadt. Vielen Dank an alle Zugereistungen, natürlich an die Leipziger. Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!